Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu BobbyVersionTV und meinem neuen Video. In meinem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr jetzt schon Lost Ark spielen könnt. Das Ganze bezieht sich auf die russische Version des Spiels, die russische Open Beta, die aber auch gleichzeitig der Soft Launch des Spiels in Russland ist. Und Soft Launch bedeutet, es wird keinen weiteren Server Reset geben. Dementsprechend ist all der Fortschritt, der jetzt schon auf den Charakteren gemacht wird, auch nach dem offiziellen Release des Spiels verfügbar. Lost Ark ist ein MMO-ARPG und es ist eben dieses Spiel, was von vielen so heiß erwartet wird, welches aber auch trotzdem weder hier in Europa noch in Amerika bisher angekündigt wurde. Das heißt, wir wissen noch nicht einmal, ob dieses Spiel jemals den Weg nach Europa oder auch nach Amerika finden wird, aber da eben auch dieser Titel ein, ja, sehr heiß erwarteter Titel ist, schauen wir einfach da mal rein und gucken, was wir dort auch machen können. Das Spiel ist auch in einer koreanischen Version verfügbar. Der Aufwand, um das zu spielen, ist allerdings sehr viel größer und dementsprechend begnügen wir uns mit der russischen Version. Durch eine Community-Übersetzung haben wir auch die Möglichkeit, uns zumindest das Interface in Englisch anzeigen zu lassen, denn für Menschen wie mich, die der russischen Sprache nicht mächtig sind und die auch keine kyrillischen Schriftzeichen lesen können, ist es natürlich immer sehr, sehr angenehm, wenn wir zumindest eine Textausgabe in Englisch haben. Eine kleine Anmerkung vielleicht noch, bevor es jetzt dann auch losgeht. Ihr findet unten unter dem Video in der Videobeschreibung selbstverständlich alle benötigten Links, um genau das, was ich jetzt hier tue, auch selber zu machen. Also, dann fangen wir mal an. Das allererste, was wir brauchen, ist ein Internetbrowser und in diese Adresszeile geben wir dann die Internetadresse la.mail.ru ein. Danach befinden wir uns auf der Internetseite von Lost Ark und stellen fest, dass selbstverständlich auch diese Internetseite auf Russisch ist. Man kann jetzt natürlich beigehen und diese Internetseite über die Browser-Funktionalität übersetzen und das hat zumindest mir sehr weitergeholfen, denn danach können wir sehen, dass wir uns hier oben einloggen oder registrieren können. Wenn wir das klicken, öffnet sich ein kleines Pop-up. Dort können wir einen neuen Account erstellen. Das ist auch letzten Endes relativ simpel. Ich muss aber dazu sagen, bei mir hat es nicht funktioniert, mich hier über diese Seite zu registrieren. Ich konnte diesen ganzen Prozess durchlaufen, konnte aber diese Registrierung nicht abschließen. Ich bin dann den Weg gegangen und habe mich einfach über die Mail.ru-Seite eingeloggt oder registriert und auch hier kann man natürlich die Übersetzen-Funktionalität nutzen und kann sich dann hier im oberen Bereich registrieren. Ihr müsst während der Registrierung eine Handynummer eingeben oder eine Telefonnummer eingeben. Das Ganze funktioniert aber auch mit einer deutschen Handynummer und auch mich hat diese SMS mit dem Registrierungscode erreicht und es war überhaupt kein Problem, diese Registrierung hier abzuschließen. Nachdem ihr also diese Registrierung abgeschlossen habt, egal ob jetzt auf der Mail.ru-Seite oder auf der la.mail.ru-Seite, geht ihr wieder auf die Lost Ark-Seite zurück und lockt euch ein. Entweder über den roten Button, wenn ihr das hier auf dieser Seite geschafft habt oder aber über den blauen Button, wenn ihr auf der Mail.ru-Seite erfolgreich wart. Nachdem ihr euch in die Internetseite eingeloggt habt, könnt ihr über diesen Button das Spiel herunterladen. Das, was ihr dort herunterladet, ist das Mail.ru-Gamingcenter und wenn ihr das heruntergeladen habt, öffnet ihr das Ganze und installiert es in ein Verzeichnis eurer Wahl. Nachdem ihr das Ganze installiert habt, öffnet ihr natürlich das Gaming-Center und findet hier auf der linken Seite den Button zu Lost Ark und könnt das Spiel hier über diesen Button im oberen Bereich runterladen. Dieser riesige rote Hinweis, den ihr hier seht und der uns sagt, dass wir Lost Ark eigentlich in unserer Region gar nicht spielen können, ist das nächste, die nächste Hürde, die wir überwinden müssen. Denn wir brauchen eine russische IP, um Lost Ark spielen zu können, denn das Ganze hat einen Region-Log. Das heißt also, wir können nicht mit einer deutschen IP-Adresse auf das Spiel zugreifen. Um überhaupt die Möglichkeit zu haben, VPNs zu nutzen, VPNs sind die Tools, die wir brauchen, um eine russische IP zu bekommen, müssen wir einmal hier oben auf das kleine Zahnrad klicken und klicken danach auf den dritten Eintrag in der Liste. Dann auf das Dropdown-Menü, was ihr hier unten seht und wählen dort den mittleren Eintrag. Wenn wir das bestätigt haben, ist es tatsächlich so, dass das Gaming-Center neu startet, dieser rote Hinweis verschwunden ist und dafür hier oben ein gelber Hinweis mit irgendwas mit VPN steht. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine VPN-Software, die uns eine russische IP gibt. Dort könnt ihr im Prinzip verwenden, was ihr wollt, was ihr vielleicht auch tatsächlich schon habt. Ich habe das Ganze heute mit einer kostenlosen Software ausprobiert. Das wäre OK Freedom VPN und auch diesen Link findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Das kann man kostenlos benutzen, bis zu 2 GB Traffic pro Monat und das funktioniert wunderbar, denn auch dort haben wir die Möglichkeit, eine russische IP zu bekommen. Nachdem wir das Tool runtergeladen und installiert haben, starten wir das und finden das dann hier unten neben der Uhr wieder, hier unten in der Taskleiste wieder und wenn wir da draufklicken, haben wir die Möglichkeit, uns eine russische IP geben zu lassen. Ihr könnt, wie gesagt, auch jede andere VPN-Software benutzen. Wichtig ist tatsächlich nur, dass ihr eine russische IP habt. Da das Ganze jetzt im Prinzip schon spielbar wäre, kann natürlich jeder, der, ja, ich sag mal, diese kyrillischen Schriftzeichen lesen kann oder aber eben Russisch spricht, kann natürlich direkt loslegen. Alle anderen, ja, sind vielleicht so wie ich, dass sie sagen, okay, wir hätten das Spiel gerne auf Englisch und auch dafür gibt es eine Internetseite. Auch diese ist selbstverständlich unten unter dem Video verlinkt. Ihr könnt euch hier auf dieser Internetseite den Fan-Translated-English-Patch runterladen. Nachdem ihr das getan habt, ist das ein ZIP-File. Dieses ZIP-File entpackt ihr in ein Verzeichnis eurer Wahl und dann findet ihr diesen Ordner L-A-O-Translation und wenn ihr in diesen Ordner reinschaut, dann gibt es dort eine Exe-Datei. Diese heißt L-A-O-Translation.exe. Diese klickt ihr mit der rechten Maustaste an, sagt dort als Administrator ausführen und nachdem das passiert ist, findet ihr diese Oberfläche wieder. Wichtig ist, dass jetzt das Gaming-Center geöffnet ist und das Spiel komplett heruntergeladen ist und ihr quasi fertig zum Spielen seid. Wenn das der Fall ist, klickt ihr hier auf Englisch, müsst einen Moment Geduld mitbringen und wartet darauf, dass der Englisch-Patch entweder runtergeladen wird oder aber einfach nur angewendet wird. Das dauert, wie gesagt, einen kleinen Moment und sobald das geschehen ist, haben wir schon alles getan, was wir tun müssen, um das Spiel spielen zu können. Das VPN läuft, wir haben eine russische IP und wir haben, wenn dieser Patch fertig ist, eine englische Benutzeroberfläche. Dann können wir das Ganze hier minimieren und sagen, einfach hier im oberen Bereich spielen. Der Start des Spiels nimmt natürlich etwas Zeit in Anspruch, aber nachdem wir jetzt diese ganzen Hürden überwunden haben, ist das natürlich nur noch eine Kleinigkeit darauf zu warten. Wenn ihr dann im Spiel eingeloggt seid, werdet ihr hier eine Serverübersicht finden und ja, ich kann euch nur empfehlen, wählt den Server mit dem C am Anfang. Das ist auch der Server, auf dem ich mich befinde. Das ist aber auch der Server, auf dem sich viele Leute befinden, die das Spiel aktuell auf Englisch spielen und wo dann auch einfach mal manche Nachrichten auf Englisch im Chat stehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video dann etwas weiterhelfen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen brauchbar erklären können. Ich wünsche euch jetzt natürlich ganz viel Spaß in Lost Ark. Bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob das bei euch funktioniert hat, ob das alles so klappt, wie ihr euch das vorstellt, was ihr von Lost Ark als solches überhaupt haltet und ob diese Anleitung dazu verständlich war. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.